Es war jetzt seit Jahren das erste Mal wieder Bundesliga. Jetzt kommt gleich, glaube ich, eine der drei Top-Mannschaften aus der Bundesliga hierher. Ich denke mal, mit dem wohl spielstärksten Mittelfeld aus der gesamten Bundesliga und da die Null zu halten hinten und auch noch selber Torschancen zu haben, da sage ich schon Hut ab von meiner Mannschaft. Wie ist es denn nach vier Jahren Abwesenheit wieder Bundesliga zu spielen? Herrlich. Das letzte Jahr Bundesliga war nicht so der Hit. Ich glaube, wir freuen uns alle umso mehr, jetzt wieder hier zu sein und den Zuschauern nochmal großen Fußball zu zeigen.